Noch kurz was zu meinem letzten Video. Es gab einige, die meinten, dass ich voll schlecht gegen den Doktor aus dem letzten Video argumentiert habe und dass ich Safer Use überhaupt nicht richtig verteidigt habe. Erstens mal denke ich, dass das Video in dieser Form viel eher vielleicht ein paar Menschen, die eigentlich viel zu jung für Drogen sind, vom Konsum abhalten könnte. Außerdem ging es mir bei dem Video nicht darum, ein Streitgespräch zu zeigen, sondern einfach nur darum, um die Meinung des Arztes zu zeigen. Und dass ihr dann selbst über diese urteilt. Ihr solltet nicht immer automatisch meiner Meinung sein. Ursprünglich hatte ich zu dem Video noch einige Szenen gedreht, wo ich ein paar fragwürdige Aussagen des Arztes wiedergebe, um den Arzt so ein bisschen zu diskreditieren. Aber dann habe ich das rausgeschnitten, weil ich das Reflektieren diesmal mehr euch überlassen wollte. Auf YouTube ist mir vor allem in letzter Zeit aufgefallen, dass so oft einfach nur blind gefolgt wird. Wenn YouTuber wie Mehrheit Videos mit absolut unmoralischem Inhalt raushauen, gibt es trotzdem Tausende, die solchen YouTuber nachplabbern. Folgt mir also nicht blind, sondern mit offenen Augen und offenem Mind. Aber keine Sorge für die Menschen, die nicht nachdenken wollen, heute kau ich euch wieder alles vor. Und zwar geht es heute um die neueste Folge von Maischberger, wo über eine Legalisierung von Drogen diskutiert wurde. Als erstes fokussierte sich die Maischberger auf den Jenke. Ich fand folgende Aussage von Jenke eigentlich ziemlich nice. Also ich muss immer ganz vorsichtig sein, dass das nicht zu einer Werbeveranstaltung wird. Aber ich muss sagen, LSD hat mir ganz viel über mich erzählt, über die Sicht auf wichtige Bereiche in meinem Leben, wie Beruf, Liebe, Partnerschaft, gesellschaftliche Verantwortung. Das große Ganze, das habe ich in einzelnen Momenten wirklich schon gesehen. Und ich habe danach mit vielen Menschen gesprochen, die LSD genommen haben, darüber aber nicht geredet haben, die ähnliche Erfahrungen hatten. Wichtig ist halt das Setting. Das ist keine Partydroge. Das ist eine Droge ab einem gewissen Alter, wenn man Dinge in der Welt erfahren möchte, die man so nicht ganz so leicht erfahren kann. Es schärft den Blick wieder für das große Ganze. So was hat er nämlich schon beim Dreh des Jenke-Experiments zu mir gesagt. Aber dann war ich sehr enttäuscht, als dann im finalen Schnitt davon nichts zu sehen war. Und die sich da hauptsächlich auf den sehr kurzen, paranoiden Teil des Trips fokussiert haben. Hiermit hat er das wieder ein bisschen gut gemacht. Doch was sagt die Anhängerin der Antifakten-Partei zu LSD? Kann man das mal machen? In meinen Augen nein, weil es natürlich in einem Setting, wie sie selber gesagt haben, wo es ja mit Aufsicht und so weiter gewesen ist, aber der normale Drogenkonsum von Abhängigen, von Süchtigen passiert ja nicht in so einem Setting. Falsch, meine Liebe. Beim LSD-Konsum ist es eigentlich sehr verbreitet, dies in einem passenden Setting und unter Aufsicht zu machen. Und überhaupt die Formulierung, der normale Drogenkonsum von Süchtigen. Wie sie hier direkt impliziert, dass es normal ist, süchtig zu sein, wenn man Drogen nimmt. Noch lächerlicher ist, dass sie das im Zusammenhang mit der Droge LSD sagt, aber zum Glück wird die alte direkt aufgeklärt. Macht LSD süchtig, Herr Mediziner Dr. Bartens? Macht es eigentlich nicht. Es ist ja eine sehr populäre Droge unter Intellektuellen, unter Uni-Professoren und Akademikern gewesen, weil die eben dachten, dieses hyperrealistische Bild, sei es die Textur eines Gewebes oder auch das Gefühl, plötzlich fliegen zu können, weil das natürlich schon als Tiefenschärfe des Bewusstseins dann wahrgenommen wurde. Und deswegen war es ja auch so populär dann in der Hippie-Bewegung, auch in der stark akademisch geprägten Studentenbewegung. Finde es echt sehr geil, dass der Dude nochmal betont, dass LSD keine Junkie-Droge ist und vor allem unter Intellektuellen sehr beliebt ist. Aber alle anderen Substanzen haben natürlich einen großen Spaßfaktor, eine gewisse Zeit lang, sonst wird die ja keiner nehmen. Auch wieder eine sehr ehrliche Aussage von Jenke. Wenn Sie vergleichen, was Sie, also jetzt mal einfach nur Ecstasy, Speed, LSD mit Alkohol, was halten Sie für gefährlicher? Na definitiv Alkohol und Nikotin. Definitiv. Jenke, du hast mich zurückgewonnen. Ich verzeihe dir die eher einseitige Darstellung von LSD im Jenke-Experiment. Es ist schon ein bisschen dreist, wie die Maischberger über seine wahre Aussage spöttisch lacht. Definitiv. Definitiv. Der spinnt ja. Was mir ganz wichtig ist, sowohl als Publizist als auch als Mensch, der mit dem Thema Substanzkonsum privat auch viel zu tun hat, ist das Thema Harm Reduction. Da gibt es ganz, ganz konkrete, ganz, ganz viel Schadensvermeidung. Harm Reduction, was ist das? Wird man davon high? Also das ist etwas, wo ich so eine Doppelmoral sehe im Vergleich zu den anderen Drogen, die viel, viel weniger Schaden insgesamt anrichten. Wo wir gerade schon beim Thema Doppelmoral sind. Batman, was sagst du dazu? They may be drinkers, Robin, but they're also human beings. Aber jetzt mal im Ernst, was ist der beste Weg, um Ihre Söhne davon abzuhalten, Heroin zu nehmen? Dass man sagt, probier es mal aus. Ich glaube tatsächlich, dass man niemanden von irgendetwas abhalten kann. Gerade keine jungen Menschen aufklären. Wirkung, Nebenwirkung, Risiko, gefährliche Konsummuster, wenige Konsummuster. Und ganz, ganz wichtig, finde ich, ist die Risikokompetenz. Und Wahrnehmungsschulung. Das Einzige, was er vergessen hat, an der Stelle zu sagen, abonniert Open Mind auf YouTube. Solange mein Sohn oder meine Tochter zu mir kommt und bereit ist, sich meine Meinung anzuhören, mit mir über dieses Thema zu reden, solange ich quasi noch begleitend dabei sein kann, habe ich auch noch die Möglichkeiten, das zu lenken. Und dann das, was Sie natürlich sagen. Dann geht es um Aufklärung, Information und irgendwie immer dabei sein. Egal, für was das Kind sich entscheidet. Das setzt aber eine Beziehung voraus. Macht Sinn. Doch wie sollte man laut Doppelmoral Melanie mit Drogen umgehen? Unsere Drogen- und Suchtpolitik betrifft ja drei Säulen. Also wir haben Prävention, Repression, aber auch Hilfe und Beratung. Also das heißt, ich denke, es muss alles drei da sein. Repression heißt aber auch, wenn du es tust, wirst du bestraft. Korrekt. Aber es ist eben vor allem auch die Prävention, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Oh Mann. Echt gut begründet, warum es diese drei Säulen braucht. Hey Leute, ist ja nicht schlimm, dass harmlose Konsumenten verfolgt werden, denn Melanie ist vor allem für die Prävention. Ich bin übrigens dafür, dass man alle Menschen töten sollte, die noch nie eine Ups-die-Pannins-Show-Folge gesehen haben. Und für den Weltfrieden. Vor allem für den Weltfrieden. Vor allem. Auch ein Stück weit, Sie haben es vorhin auch gesagt, dass bei Ihnen auch im Cannabis der Einstieg ein Stück weit... Nee, das möchte ich jetzt bitte ganz klar sagen. Die Idee der Einstiegsdroge ist aus dem letzten Jahrtausend. Sie spielt in der Suchttheorie keine Rolle mehr. Da wird sie von allen Seiten niedergemäht. Es ist eben keine harmlosen Substanz. Ich verstehe. Es ist eben nicht nur darum geht, dass man dann wunderschöne Erlebnisse hat, sondern dass es wirklich auch körperlich abhängig ist. Ich glaube da... Hm, körperlich abhängig? Interessanterweise machen die wenigsten der heute beliebten illegalen Drogen körperlich abhängig. Kokain, Methamphetamin, Cannabis, Ecstasy, LSD, Speed, Pilze machen alle nicht körperlich abhängig. Noch nie haben so viele Menschen auf der Welt Drogen konsumiert wie heutzutage. Noch nie war es so einfach, da ranzukommen. Noch nie waren die Preise auch dermaßen stabil. Und das ist ja die Frage, wenn man sich als Polizist dann anguckt, wie aufwendig sind eigentlich Ermittlungen. Das heißt, organisierte Kriminalitätsverfahren sind zum Großteil Verfahren in Sachen Drogenbekämpfung. Und dann gucken Sie sich an, wie erfolgreich ist man eigentlich. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wenn man überlegt, von denen, die wir kennen, kann man hochrechnen von Studien. Das heißt, wie viel wissen wir in Deutschland, wie viel sind abhängig, wie viel benutzen missbräuchlich Drogen. Wenn Sie das vorsichtig hochrechnen, dann kommen Sie auf eine Menge, wenn Sie alles zusammenzählen, ein Konsum in Deutschland von zwischen eine bis vier Tonnen am Tag, das konsumiert wird. Und Sie kriegen davon ein paar tausend Kilo im Jahr. Maximal. Wenn ein Politiker mich fragen würde, wie können Sie die Drogenpolitik oder die Drogenfälle sozusagen, die Straftaten reduzieren, ich kontrolliere einfach nicht mehr. Dann gehen die Straftaten in den Keller und Sie haben auch keine Vorgänge mehr. Ungefähr 70 Prozent aller Drogendelikte, die die Statistik bei uns aufzeigt, sind Konsumentendelikte. Das heißt, nur der Rest kümmert sich dann wirklich um die größeren Ebenen. Das heißt, wer baut das an, wie kommt es nach Deutschland. Also der Großteil, drei Viertel ungefähr, sind Konsumentendelikte. Das heißt, wir müssen sie aber heute, und so ist die Rechtslage immer noch, dann verfolgen, auch wenn es natürlich rechtliche Möglichkeiten gibt, der Staatsanwaltschaft dann Verfahren auch einzustellen. Und gleichzeitig versucht uns Marlene Mortler weiszumachen, dass es nur darum geht, um die bösen Dealer zu schnappen. Warum ist das eigentlich so, dass in den letzten Jahren die Zahlen so rasant steigen? Die war eine Weile lang, ging sie runter, dann waren sie relativ und seit fünf Jahren geht das wirklich hoch. Heroin, Kokain, neue Drogen wie Crystal Meth, alles steigt und auch die Zahl der Toten. Warum ist das so? Natürlich wegen meinem YouTube-Kanal. Doch jetzt kommen wir zum krassesten Teil. Frau Maischberger macht uns auf ein neues gefährliches Phänomen aufmerksam. Crystal Meth und... Crystal Meth, ich nehme an, das ist so ein neues, cooles Jugendwort für Christenmesse. Und da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass das gefährlich ist. Wenn man zu viele Crystal Meths besucht, wird man irgendwann so gebrainwashed, dass man vielleicht sogar der Crystal Sozialen Partei beitritt. Und wir in Bayern haben zum Beispiel auch ein Projekt in einigen Städten, wenn erstmalig ein Drogenkonsument aufgegriffen wird von der Polizei, dann bekommt er erstmal eine Beratung und Hilfe und Unterstützung. Ja, weil jeder weiß, dass man geringere Bestrafungen bekommt, wenn man zu so einer Beratung geht. Jeder, der mit Drogen erwischt wird, braucht natürlich unbedingt Beratung. Zum Ausgleich sollte man ein Programm starten, dass man jedes Mal eine intensive Beratung aufgezwungen bekommt, wenn man sich eine Flasche Bier kauft. Bei dem Gelaber von der Tante kann man doch nur so ein Face machen, wie es Yenke hier macht. Bitch, please. Wir haben in Bayern auch die Zahlen gesehen, es gibt 1200 Drogentote pro Jahr, das war jetzt die Zahl von 2015. Die meisten davon in Bayern, obwohl sie die restriktivste Politik haben. Es ist korrekt, dass wir im Moment eben etwa 320 Drogentote haben in Bayern. Davon sind aber 40, und das hat sich in den letzten Jahren die Zahl immer verdoppelt, neue psychoaktive Substanzen. Also das heißt, das ist diese Kräutermischung, Badesalz. Das sind diese sogenannten legalen Drogen. Also wir haben im Grunde genommen jeden achten Drogentoten in Bayern inzwischen durch diese neue psychoaktive Substanzen. Ah, es tut echt weh, ihr zuzuhören. Sie verteidigt die Drogenpolitik Bayerns damit, dass die meisten Drogentote durch neue psychoaktive Substanzen verursacht werden, welche ja gerade in Bayern so beliebt sind, wegen dieser strengen Drogenpolitik. Weiß sie bitte mal, wer zurecht? Ein Grund aber dafür, dass es eine Zunahme an diesen sogenannten Legal Highs gibt, ist die Prohibition. Dass ganz viele Menschen mit Dingen experimentieren, die nicht erforscht sind, wo es keinerlei Erfahrungswerte gibt, hat damit zu tun, dass sie sich was suchen, was so ähnlich ist wie das, was sie eigentlich wollen, nämlich Cannabis, Kokain, MDMA, wo sie aber nicht riskieren, straffällig zu werden. Das ist einer der Gründe dafür, dass dieser Markt von neuen Substanzen so explodiert. Das ist in der Prohibition mit verschuldet. Aber in dem Moment, wo sie die Substanzen, die über Jahrzehnte erforscht sind, wo man genau weiß, wie sie funktionieren, was sie für Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken bergen, indem sie die kriminalisieren, öffnen sie diesen anderen Tür und Tor. Es wäre der bessere Schritt, die anderen einzudämmen wäre, einen kontrollierten Markt zu schaffen für die Substanzen, die eben erforscht sind. Danke. Wenn man diese Bücher liest, und die beruhen hauptsächlich auf Zeitungsartikeln und Polizeiberichten aus den jeweiligen Ländern, dann weiß man, dass dieser Krieg nie zu gewinnen ist, weil da die Politik ganz dick drin verstrickt ist und davon profitiert, weil da Kartelle und Firmen, die man sonst gar nicht damit in Verbindung bringen würde, damit drin hängen. Und da kann die bayerische Staatsregierung, so viel sie sonst auf die Beine kriegt, doch nichts gegen diese weltweiten Player machen, die den Markt mit Milliarden macht und mit vor allen Dingen mafiösen Strukturen und auch ohne Rücksicht auf Verluste und Killerkommandos dominieren. Wenn ich alles freigebe, setze ich schon das Signal, es ist harmlos und es ist... Leute, Rattengiff ist harmlos, es ist legal. Fastfood ist harmlos, denn es ist legal. Zigaretten sind harmlos, denn sie sind legal. Mord ist harmlos, denn es ist legal. Oh, was? Mord ist gar nicht legal? Oh shit, ich muss mal schnell was verbuddeln. Selbst schuld, wenn der nicht Upsi-Pannenshow mag. Dann kam noch eine, die mal Crystal Meth abhängig war in die Sendung. Ich bin gespannt, wie abgemagert sie durch Crystal Meth geworden ist und wie sehr es ihr Gesicht und vor allem ihre Zähne zerstört hat. Fynn, wir leben in unserer eigenen Wohnung. Oh. Weiter im Text. Eine ganz andere Strategie fährt Portugal. Das Ergebnis bisher? Weniger Drogentote, weniger jugendliche Drogenkonsumenten, weniger Verbrechen. Die Zahl der Erwachsenen allerdings, die schon mal illegale Drogen probiert haben, ist gestiegen. Wir müssen zwei Dinge trennen. Die Frage von Drogenkonsum und Sucht. Und dass es mehr Drogenkonsumenten gibt, muss ja nichts Schlechtes sein. Muss nicht heißen, dass es mehr Kriminalität gibt, dass es mehr Leid gibt, dass es mehr Schmerz und mehr Elend gibt. Es geht ja ums süchtig werden in dem Moment. Und das haben ja die Zahlen aus Portugal zum Beispiel gezeigt, dass es weniger Sucht, weniger Kriminalität gibt. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, diese drei Säulen, die Sie genannt haben, Prävention, Repression und Behandlung, das funktioniert nicht. Was funktioniert denn daran nicht? Die Repression? Die Repression behindert alle beiden anderen Bereiche. Das ist ja das Problem. Die Repression sorgt dafür, dass die Ärzte, die helfen wollen, in ihren ganzen Möglichkeiten extrem eingeschränkt sind. Die Repression sorgt dafür, dass wir die Menschen, die wir aufklären wollen, schlechter erreichen können, weil wir sagen müssen, das ist verboten. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ganz oft, wenn ich in Schulen gelesen habe, dass danach Schüler, Schülerinnen zu mir kommen und sagen, ich kenne da jemanden und so. Und was soll ich denn machen? Das machen die, weil die wissen, dass ich die nicht in der Ecke stelle. Dass sie sie nicht vertreifen können auch. Wenn Sie einfach mal die Zahlen sehen, Frau Hummel, wäre das nicht ein Weg? Wenn Portugal jetzt nachweisen würde, weniger Tote, weniger Kriminalität, weniger Süchtige spricht das nicht für diese, man nennt es Freigabe. Oh oh, was kommt jetzt? Ich glaube, das Wichtige ist dabei doch, wenn wir alles freigeben, wenn wir sagen, es ist alles erlaubt, dann ist es doch, was setzen wir da für Signal, auch für die Jugendlichen? Die CSU immer mit ihrem Signal. Das ist irgend so ein Wischi-Waschi-Gelaber, ohne echte Zahlen, Logik oder Fakten. Ey, ist doch egal, dass die Politik in Portugal viel besser funktioniert und deutlich weniger Leid verursacht, denn es ist ein falsches Signal. Das verredet, worüber die Zeit ist, und das ist auch, das ist gar nicht. Ich finde es so geil, wie alle gegen sie reden. Wenn in Schulen auch die Polizei reingeht, Präventionsprojekte hat hier berichtet und es wird erzählt von jemandem, dann ist es ja auch nicht so, dass man sagt, das will ich jetzt gar nicht hören, sondern dass man dem Rat und Hilfe und Unterstützung gibt. Wo ist das Missverständnis? Das ist so schlau, dass die Polizei auf Schulen aufklärt. Der sagt man bestimmt, was man für Probleme mit illegalen Drogen hat. Polizisten kennen sich natürlich auch automatisch besonders gut mit Drogen aus, weil sie deren Konsumenten verfolgen. Seit vielen, vielen Jahren merkt man doch, es ist nicht der richtige Weg. Und wenn man ihnen versucht, als Kranken zu helfen, aus medizinischer Sicht, dann ist es auch in Ordnung, wenn es sozusagen Freigabe für den Eigenbedarf in geringer Dosis gibt. Und zwar, wenn es geht, unter staatlicher oder medizinischer Kontrolle sogar, um Sucht zu verhindern. Und das wird durch Repression eben ausgehebelt. Aber Sie müssen auch sagen, es sind ganz andere Substanzen. Aber warum gibt es denn noch Werbung, die zu viel mehr Toten fühlen? Bei Alkohol, das wissen Sie auch, ist es auch sehr wohl die Menge das Entscheidende. Ja, nur bei Alkohol ist die Menge das Entscheidende. Bei LSD macht es keinen Unterschied, ob du 10 oder 300 Mikrogramm nimmst. Es wird mit zweierlei Maß gemessen und es ist auch eine Heuchelei dabei, weil die Alkohol und die Nikotin-Toten um den Faktor 100 höher sind, als die durch die verbotenen Drogen. Und diese verbotenen Drogen haben alle eine unterschiedliche Wirkung, machen zum Teil nicht abhängig oder sofort auf den ersten Tag abhängig. Und es hat sich doch immer gezeigt, dass Prohibitionen und Repressionen dazu geführt haben, dass der Konsum gestiegen ist. Und deswegen Verkauf, ja, über die Apotheke. Und das klingt immer so abgehoben. Aber diese Trennung zwischen legal und illegal ist komplett willkürlich. Wenn man sich Substanzen wie MDMA anschaut und Alkohol. MDMA hat so ein Gefahren und Schadensspektrum und Alkohol so eins. Es gibt keinen Grund dafür. Und was ich sagen wollte, ist mit den Apotheken. Ich habe gerade extreme Erkältungen und Allergieschäden. Ich habe mir heute in der Apotheke Codein-Tropfen geholt, damit ich nicht während der Sendung husten muss. Codein ist ein Opiat, das mir mein Arzt verschreibt, was ich in der Apotheke hole. Für jeden völlig normal. Wenn es aber darum geht, kontinierte Heroin-Freigabe, laufen alle amok. Es ist kein großer Unterschied. Dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, zeigt, dass alle, die dort bei dem Gespräch mitdiskutiert haben, mindestens für eine Entkriminalisierung von Drogen waren, außer natürlich die Politikerin der Realitätsverweigerer-Partei. Dass sie von dem Thema 0,0 Ahnung hat, hat sie in der Sendung mehrmals auf großartige Weise gezeigt. Das unterstützt auch wieder meine These. Wer nicht für eine Legalisierung oder Entkriminalisierung von Drogen ist, hat sich nicht genügend mit dem Thema beschäftigt. Gebt diesem Video 5 Sterne. Ne, obwohl heute gibt es kein Outro-Spruch. Das Video ist sowieso schon viel zu lang.